moin moin und hallo herzlich willkommen zu einem neuen coolen unboxing video von mir für euch ich hab mir was dir gegönnt und zwar im gaming sektor csl hydro axe t88 10 g powered by asus gaming pc on board ist an der rison 7 rtx 20 17 20 70 die 16 gigabyte ram sind auch dabei und 1000 gigabyte hdd und on top 240 gigabyte ssd ssd ist der solid state disk das heißt also nicht steak sondern der solid state disk das bedeutet dass diese besagte festplatte noch schneller viel schneller als eine normale hdd ist so jetzt erstmal der amd risen 7 2700 x 8 mal 3,7 gigahertz also ein acht kernprozessor ich meine das heißt octa core bis 4,35 gigahertz ist möglich mit diesem teil raus zu ballern also ein bisschen übertaktung ist schon drinnen on board ist eine asus die nicht on board das stimmt gar nicht die ist eingebaut also die kann man ja dann später wieder wechseln und upgraden eine asus geforce rtx 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 20 70 8 gigabyte gddr 6 ram wow usb typ c hdmi und dreimal dp die festplatten sind 240 gigabyte die ssd darüber läuft dann das betriebssystem und ausgewählte spiele als beispiel wenn man ein hier ein spiel auf die normale hdd setzt und würde jetzt nehmen wir mal gta würde laden dann braucht der bis er geladen hat mit dieser konfiguration 30 bis 40 sekunden um das spiel komplett zu booten und reinzukommen wenn ihr das mit einer ssd macht dann ist das zehn sekunden also ist wirklich viel 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 schneller viel 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 schneller also die ssd ist für games und für das betriebssystem weil das betriebssystem dadurch auch viel schneller bootet viel schneller reagiert und ein terabyte hdd das ist dann für die daten für bilder videos etc 16 gigabyte ddr4 ram der der dual data ram also random access memory ist der zwischenspeicher der zwischenspeicher ist dafür da um sozusagen so also cpu die das ist das gehirn und die will sozusagen irgendwas durchführen aber damit das schneller geht dann greift die schon mal vorher was in den ram ab also legt das in den ram weil der ram viel schneller reagieren kann als die festplatten und deshalb ist es wichtig eine hohe art von ram reinzubauen erstens viele rahmen sind gut zweitens schneller rahmen ist gut also ddr4 ram und der muss auch hoch getaktet sein mit 3000 megahertz läuft der g skill ist die firma und windows 10 home ist auch noch mit dabei bei windows ist es jetzt wenn du wenn ihr einmal windows 10 gekauft habt dann war es das das ist dann ab jetzt soll es kein glaube ich zumindest wird es kein weiteres windows mehr geben deshalb ist man damit zukunftsorientiert unterwegs inklusive maus und tastatur ac wlan 867 megabit pro sekunde und usb 3.1 und hier seht ihr der tower ist wirklich schlauer der hat nämlich an der seite ein glas panel vorne ist der abgedeckt zu drei viertel und hat dann so eine schräge wo überall beleuchtete lüfter drin sitzen die lüfter haben wie ihr hier seht so ein kreis von leds drum und was ihr hier seht mit dem großen bb drauf das ist noch mal was besonderes und zwar eine wasserkühlung normale pc's office desktops die haben nur normale lüftungen das heißt also denkt euch dann einfach da einen passiven kühler drauf und auf dem passiven kühler auf so einem dicken block sitzt dann noch ein lüfter der die wärme dann abtransportiert und durch die gehäuse lüfter die hier mit leds versehen sind würde dann die wärme abgetragen werden hier in dem fall ist es so dass da ein flüssigkeitskreislauf ist dieser flüssigkeitskreislauf zirkuliert wie beim auto und gibt dann die wärme nach außen wieder ab das heißt also mehr performance bei tieferer temperatur hier sehen wir es da die bb das doppel b das ist da drin ist die wasserkühlung ihr seht ihr die zwei schläuche die davon abgehen die zwei schläuche sind der wasserkreislauf und der geht nach oben weg zu einem radiator hier unten seht ihr die geforce rtx feste grafikkarte entschuldigung ein monster klopper ist das ein großes ding ein schnelles teil und wir sehen einen haufen gehäuse lüfter ich meine vorne waren drei oder 23 sind es glaube ich vorne und einer sehen wir hinten großen und hier unten das netzteil drinnen und darunter seht ihr dann noch die hdd und die ssd daneben die sind echt in so ein extra bay eingesetzt dass man dort noch eine abkopplung zum hauptteil hat außerdem wird da die wärme der wärmetransport besser ist das kabelmanagement ist hier cool gelöst das geht nämlich alles schön hinten rein und verschwindet warum weil es so ein modding tower ist wo ihr dann schön die die den den einblick da ab sehr schön aufgemacht hier sehr aufgeräumt wir haben zwei ram riegel verbaut das heißt also wir können hier noch zwei weitere ram riegel reinballern denn wenn wir ja zwei ram riegel drin haben mit 16 heißt das 8 gigabyte pro riegel 8 16 das heißt wir könnten noch mal 16 on top ballern wenn wir einfach noch zwei zwei 8 gigabyte riegel mit ddr4 da rein bauen würden das heißt dieses gerät hat schon von natur aus upgrade möglichkeiten upgrade sind immer gut oder es ist zukunftssicher weil hier könnt ihr natürlich die grafikkarte tauschen ihr könnt die cpu kauschen ihr könnt noch mehr slots belegen das board hat nämlich noch mehr freie slot wir haben hinten schon wlan drinnen eingebaut da kommen jetzt gerade die beiden antennen dran eine für vertikal ein für horizontal am besten einsetzen so deckt er den meisten bereich ab und hier hinten sehen wir was alles drin ist rechts oben haben wir die anschlüsse für maustastatur oldschool daneben usb hdmi dvi hier sind hdmi port drin weil der besagte risen 7 prozessor auch eine eine onboard grafik unterstützt das heißt also wenn euch mal die grafikkarte ab brauchen sollte grafikkarte raus bzw ausschalten und dann könnt ihr auch dort euren monitor anschließen da unten noch audio anschlüsse laden anschlüsse usb usb dann eine tasche tiefer kommen wir zur 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 besagten grafikkarte die grafikkarte selber hat hier den hdmi ausgang für eurem fernseher da sieht man den schön in der mitte da kommt aber der fernseher rein oder der flat screen etc und das sind noch mehrere steckplätze frei darunter wo ihr noch was verbauen könntet obwohl die grafik gerade so fett ist die brauchte jetzt schon zwei bis drei slotse meine güte hohohoho fettes ding der hydrox t88 10 ist ein hochklassiger gaming pc mit überragender grafik und prozessorleistung für anspruchsvolle gamer bietet er eine ideale plattform im neuesten top titel flüssig in hoher auflösung bis zu hd 4k zu spielen mit dem wasser gekühlten acht kern prozessor anti risen 7 2700 x und der geforce rtx 2070 grafik ist das system perfekt auch hof auflösendes gaming und virtual reality abgestimmt der prozessor reicht rasante boost geschwindigkeiten bis zu 4350 megahertz und beherrscht erweitertes multitasking mit 16 threads die geforce rtx 2070 von asus mit 8 gb die gddr 6 sprecher kann aktuelle games mit kinoreifen darstellen umsetzen und beherrscht neueste technologien wie echtzeit raytracing und deep learning kantengelettung hier oben seht ihr nämlich jetzt den wärmetauscher das heißt da fließt jetzt wasser durch das kühlmittel fließt dadurch die lüfter verteilen das nach oben raus und dadurch wie im kühlschrank wird nämlich dann die flüssigkeit wieder runter gekühlt und kann wieder zurück in den kreislauf zurückfallen und ist dann gekühlt meistens ist das dann ja auch es wird ein aggregat zustand gewechselt zwischen gas und flüssig so funktioniert kühlschrank auch ich denke mal so wird das auch in so einer wasserkühlung von statten gehen wenn nicht wäre wie doof sonst denn sonst kriegt man nicht so viel kühlleistung hin so bleibt euer system immer schön kühl die abwärme selber vom system ist dabei aber hoch das ist beim kühlschrank ja genauso geht man hinter dem kühlschrank da ist es warm also das muss ich sagen im spielen oder beim spielen etc beim täglichen gebrauch vor allen dingen in einem desktop verstaut also in einem arbeitsplatz in einem schreibtisch verstaut gibt es leichte probleme nicht mit dem gerät sondern mit dem platz da drin der ist nämlich echt groß am besten also so viel belüftung wie möglich jo mal mit dem power knopf ich glaube der andere war ein reset knopf dann haben wir noch kopfhörer und mikrofoneingang und noch mehr usb freunde oh yeah so gehen wir zurück zu der geforce rtx 20 17 von asus mit 8 gb gddr 6 speicher wow das kann wirklich viel und es kann aktuelle games kino reif darstellen und die neuesten raytracing und deep learning kartengelettung unterstützt sie auch für ein sehr gutes reaktionsvermögen sony 16 gb ddr4 rahmen von gskill sein markenhersteller mit 3000 megahertz taktung und die 240 gb kingston ssd während einer 1 terabyte festplatz zusätzlich speicherplatz bereitstellt das mitgeliefter windows 10 ist auf der ssd bereits startfertig vorinstalliert sehr schön müssen wir nur ein paar paar autostartprogramme löschen ansonsten läuft hat ja dann so also um das ding jetzt aufzubauen geht es eigentlich recht zügig und einfach von statten wir müssen jetzt natürlich wieder die schöne als seitenplatte wieder einbauen hier könnt ihr die transport sich und natürlich lösen aber dieses teil wird noch mal transportiert also erst mal wieder dran die patscher sind normal die muss man einfach immer wieder weg machen das ist wie bei eurem iphone smartphone etc aber danach seht ihr schon was dieses schöne ding im standby von sich gibt guck mal das ist so ein schönes led glimmen sobald der strom dort an sie anschlägt und nicht schlechter specht es sieht wirklich sehr steilig aus sehr steilisch der hersteller des prozesses amd risen 7 2700x ist ein octa core acht prozessor kern ist echt viel finde ich also ich bin vier kern prozessoren noch so alles angeklemmt jetzt starten wir mal den hund hier seht ihr auch die specs die auch wirklich drauf sind windows 10 ist aktiviert windows 10 ist drin da seht ihr den riesen haufen an course und jetzt geht's los wir starten die maschine das erste mal die muss jetzt sich natürlich erst mal wieder vorbereiten und das ist bei windows ja normal aber ihr seht schon wie sie am pulsieren ist und will loslegen also flüssige darstellung in allen möglichen spielen bis jetzt in höchsten auflösung hat er geschafft echt cooles ding und super stylisch modern case schöne leds die leds könnt ihr mit einer fernbedienung steuern die leds sind in ganz vielen verschiedenen farben möglich wenn ihr dazu noch so eine schöne tastatur habt und eine maus echt gott like das ist gamers like der typ der arbeitsspeicher ist ddr4 ram 16 gb sind verbaut ihr könnt upgraden taktfrequenz arbeitsspeicherlich bei drei gigahertz hdd und ssd sind drin es sind schon zwei festplatten drin die anschluss der festplatten ist eine sata das ist ein standard die speicherkapazität für festplatte gesamt ist 1240 gigabyte speicherkapazität der festplatte hdd ist ein terabyte und die speicherkapazität der festplatte ssd ist dann 240 gigabyte das heißt also zusammen sind das 1240 gigabyte aber ihr müsst immer davon ausgehen ein bisschen speicher geht verloren durch die reservierten bereiche die grafikkarte ist von asus gute marke gddr6 grafikartenspeicher rtx 2070 das ist eine ganz schön schnelle das ist eine interne diskrete grafikkarte diskrete also sie steckt in eurem bord drin und kann ausgewechselt werden die farbe ist schwarz von außen man hat displayport hdmi usb lan mikrofon ps2 ausgänge oder anschlüsse typ usb anschlüsse standard usb und usb c unterstütze usb version ist 3.1 anzahl der usb 2.0 anschlüsse sind vier anzeite usb 3.1 typ c anschlüsse ist einer und der hdmi anschlüsse ist standard typ a wir haben einen davon verbaut der typ des lan anschlusses ist das gigabit ethernet anzahl der audio eingänge für 3,5 mm klinke das ist das ganz normale ding hier was ihr an den kopfhörern kennt eine anzahl der audio ausgänge sind vier die typ displayport ist der normale displayport könnt ihr anschauen die stromversorgung sein internes netzteil 600 watt leistung also das ist auch schon mal eine ganz schöner ok die optische gehäuse transparent die beleuchtung des gehäuses auch rgb beleuchtet und das mainboard selber ist auch von asus der chipsatz am mainboard ist amdb 450 und der prozessor sockel ist der am4 die kühlsystem was ich euch vorhin gezeigt habe und was da schön mit dem b ist das ist eine wasserkühlung das ist von csl mailstrom 120 und es gibt halt eine wasserkühlung dann seid ihr damit wirklich gut am start und ihr seht hier nachdem dann windows da sein update marathon hinter sich gelassen hat obwohl das system neu war und noch gar nicht lang auf dem markt ist wir haben aber noch mehr audio wiedergabe lautsprecher kanadie 7.1 die soundcard ist on board 7.1 controller a l c 8 9 2 die wifi standards sind a b g h a c und h also alles ist verbeten vertreten was es glaube ich gibt es auf dem markt netzwerkstand ist lan ethernet und wlan wifi übertragungsrate im lan ist 1000 megabit pro sekunde und hier seht ihr jetzt die ganzen verschiedenen farben gehen wir hier mal durch die das system so zwischendurch mal raus pulsiert während wir hier gleichzeitig am einrichten sind das heißt windows führt euch gleich durch die einrichtung automatisch durch ihr müsst euch weiter tippen ihr müsst den wlan anschließen in der zeit könnt ihr dann während es das immer im hintergrund macht könnt ihr den tower besichtigen ihr könnt euch angucken wie er von oben aussieht von der seite von rechts von links also auch einfach als im service finde ich früher musste man immer hinten aufschrauben und die gehäuse teile musste man dann das waren blech gehäuse da musste man nach hinten rausschieben und da mussten sie in so ein rail rein und diesmal hier sehe ich ganz klar ganz easy in der installation vier schrauben lösen abklappen zack bis es schon im innen leben kannst schön sauber machen kannst upgraden downgraden was du möchtest vorne pulsieren die schönen gehäuse lüfter durch es gibt auch ein modell was vorne auch noch glas hat aber das war dann zu match oder nicht hier seht ihr wie die einzelnen farben durch gehen also sehr schöne farben pupo ist mal wieder meine lieblingsfarbe und dazu gibt es in dem set was ich jetzt geholt habe hier war maus und tast dazu mit dabei die leuchten ja auch schön und hier wieder den schönen blick auf das innen leben auf die schöne grafik das wäre eigentlich mal coole sache grafikkarte die auch so ein bisschen gemoddet ist mit beleuchtung wäre auch nicht schlecht da gibt es aber bestimmt aber hier in dem system leider nicht wir haben in dem in diesem set das ist aber nicht immer so die werden auch einzeln verkaufen war eine gaming maus dabei die hat auch rgb leds ist auch in der maus die maus ist schwarz für rechtshände auch die optische maus usb kabel gebunden also ich weiß nicht die 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 tastatur maus das ist jetzt nicht so der überflieger das system ist das fette teil und die maus und tastatur war die zugabe sage ich jetzt mal so hier das heißt also uiuiuiuiui das ist ein gutes geiles bundle deshalb hat man ja auch zugeschlagen hier weil ja es ist ein top system womit ihr heute wirklich alles durch powern könnt was ihr so wollt und die beleuchtung school die 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 zukunft orientierung ist wirklich schön wenn ihr euch das ding holt dann seid ihr in vier jahren auch noch am wenigstens im oberen mittelfeld unterwegs und ich denke mal so erst in sechs jahren müsst ihr dann über ein upgrade nachdenken denn so schnell kriegen die dann doch nicht die ganzen taktiken und sachen da gegeneinander hochgeballert aber jetzt sehen wir schon dass wir jetzt gleich bereit sind um in windows einzutauchen ihr seht man musste jetzt nur windows id einstellen man musste ins wlan vorher eintreten was zu hause bei euch hoffentlich schon eingerichtet ist ansonsten könnt ihr auch alternativ ein ethernet kabel hinten ein patch kabel und dann seid ihr auch schon direkt im internet oder mit eurem heim netzwerk verbunden und das danach müsst ihr natürlich updates erstmal fahren windows muss upgedatet werden dann solltet ihr euch die neuen grafik treiber immer runterladen weil die werden ja auch immer abgegradet chipsatz treiber sind dann dran aber das geht auch heutzutage recht automatisch vom stapel hier also das csl hydro t88 tangy wasser gekühltes power teil ist wirklich sehr empfehlenswert und damit spielst du alles flüssig was gerade so am markt rumlungert in hoher auflösung in einem flüssigen dasein oh yeah gute gute sachen verbaut alles markensachen asus csl amd also es läuft in wieder oder es ist jetzt der chips hat ist dann von invidia aber die grafikkarte selber ist ja dann von einem anderen hersteller also cooles ding kann mich nicht beklagen und jetzt ziehen uns noch ein bisschen hier gleich die led beleuchtung rein die led beleuchtung ist nämlich auch eine coole sache ihr also oder hier kommt erst mal wenn das ding verschwindet in eurem in euren katakomben wenn ihr doch so kommt ihr trotzdem noch vorne dran usb ist da vorne direkt greifbereit und auch kopfhörer und mikrofon außerdem seht ihr hier auch das ist die hauptaus lüftung von eurer cpu wo die wasserkühlung ansetzt das heißt also da oben nichts zu kleben nicht mit dem arsch draufsetzen oder so keine keine abdeckungen drauf machen einfach frei lassen dann denn der pc muss atmen denn wenn eine zu hohe leistung anliegt was ja jeder fall ist es eine sehr hohe leistung die anliegt dann wird es auch sehr warm und sehr warm muss weg und wenn sehr warm nicht weg dann irgendwann geht cpu weg dann wird die nämlich zu heiß und dann schmilzt die vorhitze dahin und dann habt ihr ein kaputtes system also immer darauf achten dass die dass die pcs egal welcher hinten frei oben frei wenn die lüftungen oben sind denn vorne ist meistens ja sowieso frei weil er vorne drauf haben so also jetzt hierhin wir checken jetzt mal die fernbedienung ist auch ein cooles ding wenn ihr das zum beispiel dann mal so ein bisschen weiter weg steuern wollt hier haben verschiedene einstellmöglichkeiten wir haben die ganzen verschiedenen farben die wir hier sehen rot grün blau gelb pur pur weiß und diese eine frage die mir gerade aus eigentlich einfällt mb hold fanspeed könnt ihr optisch hoch und runter setzen und off ist rechts oben und unten gibt es noch ein paar setups die ihr dann automatisch ablaufen lassen können um die zu aktivieren ist hier unten erst mal das plastiknippelchen rausziehen das was jetzt wird ein energie kreislauf geschlossen und dann könnt ihr auch schon loslegen nicht von der seite rein der empfänger ist nämlich vorne ihr müsst mit der besagten sagt man schnell remote vor euren tower gehen also das glas lässt es nicht durch das ist ja infrarot und die infrarot strahlung wird von der seite weggeschluckt das heißt geht nach vorne vor dem pc dann funktioniert sie auch wie man hier sieht wir schalten jetzt mal alle farben durch und das sieht wirklich echt hinkuckermäßig aus die lüfter selber sind sehr leise weil sie groß sind große lüfter sind weniger umdrehungen weniger umdrehungen bedeutet weniger weniger umwirbelung der luft weniger luft geräusche das heißt also sehr ruhiger pc dabei aber ein sehr schneller weil er viele gehäuse lüfter hat weil eine wasserkühlung on board hat und die coolste sache ist natürlich die grafikkarte und die cpu und die ram aber die noch größere sache ist da das ding so hübsch aussieht wirklich schönes led gewitter hier was wir hier abspielen können ihr könnt die lüfter auch über die farbe die nun regeln hoch und runter das geht alles auch über software software könnt ihr installieren oder ist schon vorinstalliert dort könnt ihr dann auch das abstimmen mit eurer maus und tastatur und wenn ihr ein einen flatscreen habt der das auch unterstützt dann kann man sogar alles in ein ambiente hüllen dass auch dort eine background beleuchtung da ist dann sage ich vielen herr fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mit positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun